Polizia! Aufmachen! Kenny! Schnell doch! Weg, Bettchen! Müsst ihr eigentlich immer Kenny verhaften, wenn in der Stadt was passiert ist? Schaut euch meine Schwester an. Ist sie nicht wunderschön? Sie ist meine Retterin. Wir müssen sie auffordern mitzukommen. Was? Kenneth Waters, ich verhafte sie wegen Mordes an Katerina Brown. Seid ihr jetzt völlig verrückt? Mein Bruder Kenny sitzt unschuldig im Gefängnis. Ich kann nicht den Rest meines Lebens hier drin verbringen. Es tut mir leid, ihr Bruder hat diese Frau getötet. Das hat er nicht. Ich werde Jura studieren. Das wirst du nicht tun. Kenny wurde verurteilt. Du musst dich damit abfinden. Damit werde ich mich niemals abfinden. Du kannst die beste Kämpferin sein. Es gibt Dinge, gegen die kommst du nicht an und du könntest verlieren. Das Blut an der Tatwaffe, das ist der Schlüssel. Jetzt, wo du Anwältin bist, solltest du auch wie eine aussehen. Diese Beweise werden Kennys Leben retten. Betty, sie haben sie vernichtet. Ich komme hier nie wieder raus. Niemals! Ich werde trotzdem nicht aufgeben. Der DNA-Test beweist nicht nur, dass Kenny unschuldig ist. Er beweist auch, dass die Zeugen gelogen haben. Wenn du von einer Sache wirklich überzeugt bist, dann ist alles möglich. Ihr würdet das auch füreinander tun, oder? Wenn Ben meinetwegen Jura studieren würde, würde ich als alter Mann im Gefängnis verrecken.